Es sind diese Sachen, ich und den Ball, wir haben miteinander in den letzten Trainings diskutiert, es hat ein, zwei drin gehabt, wo der Ball perfekt ist, wir müssen alle durch haben. Wir müssen alle durch haben, sonst ist es zu wenig. Wenn Sie mit dem Ball nicht sicher sind, glauben wir, der U21 wird schwierig und im 1 längst nicht mehr. Es ist ganz einfach, es ist wirklich simpel, also wir müssen nicht zu weit suchen. Wir müssen Spielern haben, wie wir letztes Mal, was haben wir gesagt, mit den goldigen Schuhen, ich weiss nicht mehr, aber Sie möchten sich erinnern, diese Bilder müssen Sie im Kopf haben. Das ist das, was entscheidend ist und dort müssen Sie sich hinbringen, darüber hinbefinden. Los da! Los! 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 Ja! Du bist da vorne dran, Doppi! Ja! 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 Wir müssen uns wechseln! Komm, du liegst, fährt Pass, du liegst! Fährt, innen, holst du an! Komm, in die Tübe! Jawohl! Jawohl! Okay, gut! Jawohl! Wir müssen uns wechseln! Komm, auf die Klicks! Komm, auf die Klicks! Komm, auf die Klicks! Komm, auf die Klicks! Nimm dich unten! Jawohl, jawohl, jungs, sie gut! Jawohl, jawohl! Warte, dynamisch entgegen! Komm, auf, Hebi, hoch! Komm, auf, wieder! Komm, auf, weiter! Ja, das ist gut, Ibi auch! Gut, Ibi auch! Gut, Ibi auch! Das war's. Ging Freie raus. Fertig machen! Fertig machen! Bitte, bitte! Okay, jetzt fangen wir! Ja, genau! Nicht lange jonglieren! Ja, so ist es gut! Spieler und Presser! Ja, so ist es gut! Ich bin jetzt hier. Nächste Ball, Nächste Ball, Nächste Ball, Nächste Ball. Nächste Ball, Nächste Ball! Nächste Ball, 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 Nächste Ball! Nächste Ball, Nächste Ball! Nächste Ball, Nächste Ball! Nächste Ball! Nächste Ball!